Der große Staatsbesuch des spanischen Königspaares in den Niederlanden hat begonnen. Felipe und Laetitia trafen ihre Amtskollegen in Amsterdam und die Begrüßungszeremonie war großartig. König Wilhelm Alexander der Niederlande und Königin Maxima bereiteten ihren Würdenträgern, König und Königin Felipe VI und Laetitia von Spanien, einen gebührenden Empfang. Auf dem Damplatz, direkt vor dem königlichen Palast, veranstalteten die niederländischen Monarchen eine sehr fröhliche Begrüßungszeremonie. Sie bildete den Auftakt zum offiziellen zweitägigen Staatsbesuch des spanischen Königspaares. Wie erwartet waren die beiden Königinnen hinreißend gekleidet und verkörperten die Definition von Stil und Eleganz. Während Königin Maxima in Rot gekleidet war, Rock, Bluse, Hut, Handtasche, Handschuhe und komplett rote Schuhe, trug Königin Laetitia ein türkisgrünes Kleid und beige Schuhe. Beide Königinnen schienen sich zu unterhalten, denn sie waren ähnlich gekleidet, dunkelblaue Anzüge und blaue Krawatten. Der Besuch des spanischen Königspaares soll die seit langem bestehende traditionelle Freundschaft zwischen den beiden Königshäusern stärken. Heute, am 17. April, fand eine offizielle Begrüßung statt, bei der die königliche niederländische Marinekapelle die Nationalhymnen beider Länder spielte. König Willem Alexander und Königin Maxima der Niederlande sowie König Felipe und Königin Laetitia besuchen heute den königlichen Palast in Amsterdam und werden mit einem Empfang und einem privaten Abendessen geerrt. Nach der Kranzniederlegung und einem Besuch der Kolf-Stiftung am Abend wird das spanische Königspaar zu einem Staatsbanket eingeladen, an dem auch Katharina Amalia, Prinzessin von Oranien, Prinzessin Beatrix der Niederlande und Prinzessin Margret der Niederlande teilnehmen. Die Damen der königlichen Familien werden zweifelsohne ihre elegantesten Kleider und Diademe zur Schau stellen. In der Presse wurde bereits berichtet, dass auch die Kronprinzessin der Niederlande eine wichtige Rolle bei der Veranstaltung spielen wird, um sie in die mit ihrem hohen Status verbundenen Vorbereitungsaufgaben einzubinden.